Erzähl mir deine Märchen Wie alt du bist Dein Geburtstag ist am 30. März Ich weiß Ich komm mit mir dann immer wieder ganz gut klar Die meisten sind auch wirklich nett Zwar fallen sie immer wieder mit der Tür ins Haus Aber manche fallen halt auch in mein Bett Sonnenallee Uh, du bist so Sonnenallee Sonnenallee Uh, du bist so Sonnenallee Deine Mama hat ein Kaufhaus am Hermannplatz Und macht da die ganz dicke Kasse Und dein Alter hat ne Kneipe in der oberen Straße Doch gehört mir zur breiten Masse Ich schieß dir ne Rose Schieß dir ein Terry-Bär Aber zwing dich nicht zur Achterbahn Durch meisten Plätzchen Da liegt noch Schnee Vielleicht können wir da Schlitten fahren Sonnenallee Uh, du bist so Sonnenallee 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 Uh, du bist so Sonnenallee 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 Und da ist so Sonnenallee Und da ist auch gleich ne Videothek Sonnenallee 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 Uh, du bist so Sonnenallee Sonnenallee Oh, du bist so Sonnenallee Oh, du bist so Sonnenallee Oh, du bist so Sonnenallee 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 Untertitelung des ZDF, 2020